Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Runde League of Legends hier mit Vanni und David. Hallo. Hallo. Und Saskia. Hi. In the background. Yes, hi. Yes. Wir spielen Jinx gemastered, Chaco nicht gemastered, Fiddlesticks nicht gemastered, Echo nicht gemastered und Java nicht gemastered. Gegen das Verliererteam bestehend aus Vanni. Aus Vanni, okay. Nein, Malfoy, Yasu, Jinx, Chaco und der Uno. Wir haben drei Jungler. Wir haben drei Jungler. Wir spielen, äh, ja. Jungle Premade, hab ich gehört. Plus, plus Luminanz, der auch jungelt. Auf der Top-Land, na klar. Aber wir spielen von unten nach oben. Akran, seid ihr schon fünf, schreibt mich gerade an. Reda war schon im Game. Genau. Schreibe ich. Ja, warum, ja. Erstmal hab ich, äh, ja, egal. Ähm, ähm, wie macht man noch? MSG, äh, ach, keine Ahnung. Einer startet beim Red, der andere beim Blue. Keiner von beiden wird Hilfe kriegen. Ne, zwei Jungler, die müssen das ja schon selber schaffen. Sprechen sie schon ab. Der eine hat die eine Jungle, sollte der andere die andere. Ja, dann müssen wir trotzdem zwischendurch, äh, in den Gegner-Jungle rein. Oder immer, wenn sie ihre Jungle-Klee haben, auf die Lane. Gehen sie einfach auf die Lane und klauen. Ali braucht der Shaco keine Hilfe, oder? Nein. Ab wann setzt er die Pumpen? Ab eine Minute vorher. So sieht ein richtiges Zeichen aus. Das Einser. Ich bin auch bei Level 4 mit, Eko. Und ich höre erst gerade nur Free-to-Play. Seit Dienstag erst. Ich bin gleich wieder da. Jo. Ich glaube, du brauchst keine Hilfe, oder? Äh, warum habe ich meine, warum habe ich Jungle-Items mitgenommen? Also, Jungle-Wolltest. Ja, weil ich wollte eigentlich mit Fluff starten. Warum nicht? Ach, egal. Egal, so kannst du zwischendurch jungle gehen, wenn unsere Jungle-Items nicht junglen. No, ich mache einfach auch ein Camp. Aber warte, dann mache ich hier unten die, äh, die, ähm, Golems. Und ich mache einfach meine mitgeln. War langweilig, aber ist so. Du bist langweilig. Ich dachte, du wolltest jetzt von denen die Geister klauen, die keine Geister mehr sind. Aber ich weiß, es sind auch keine Golems mehr, aber... Doch, das sind, äh, ach ne, das sind Vögel. Oh, ich vergesse das. Ja, ja. Ich denke immer noch, dass es Geister sind. Wird lustig, die Leona heilt natürlich die. Ich brauche gar nicht auf die zu schießen, weil das würde mir eh nichts bringen. Ja, so, so ein Noob-Champ. Sagte sie und spielt Echo. Hm. You don't say. Wir sind jetzt wirklich im Gegner, jungle. Ja, was sollen sie sonst machen? Die müssen ja, sonst haben sie nicht genug Jungle-Zeug. Das ist die einzige Chance, die sie haben. Dadurch wird deren Jungle noch schlechter. Also, es ist schon okay, wenn man das richtig macht. Nur ist es total scheiße mit Jinx und der Bodleine alleine. Ich muss schon mal abwägen, ob ich jetzt sehr passiv spiele oder ob ich doch ein bisschen pushen muss, weil, äh, die sonst zu viele Millions, äh, da haben. Muss es halb Mana sparsam sein? Irgendwann muss ich dann. So macht man das. Du hast noch keinen für das Blatt gemacht. Ja, ich bin, wollte gerade sagen, es wäre cool, wenn ich jetzt für das Blatt machen würde, ne? Ne, ist weg. Chaco macht es für das Blatt. Chaco macht es, Chaco macht Chaco. Ach, die waren beide in den Gegner-Jungle gerade? Ja. Lol. Läuft bei denen. Die hat Jinx schon fast gecaratet, also ist es nicht. Ähm. Also es ist, ich weiß noch nicht wo. Okay, also es ist wieder da. Die sind richtig schlau, ne? Das merken sie, wenn ich schon Level 6 bin gleich. Ich werde 5, bevor die 4 werden. Das ist ja geil. Naja, jetzt stunt die mich, ja, das ist in Ordnung. Zwei Junglern und New Meter. Habe ich gehört. Ist das glatt? Viertel geht auf die Lane und piert. Chaco kommt unsichtbar hinterher und stellt seine Box hin und der Typ hat keine Chance mehr. Meine Botlane gewinne ich aber auch alleine. Ist das Lustige. Hier wurde es eh gebohrtet, da können wir nicht viel machen. Ich hab was hier. Ich hab was hier. Was machen sie zum Drängen? Ja, die müssen halt deren Jungler klein halten. Und das schaffen die, glaube ich. Ja, das kommt mal Level 4. Ich hab keinen Mana für meine Ulti, verdammt, sonst wäre sie jetzt tot. Dankeschön. Ach, Mann. Ich hab's ja beide fast down. Okay, hast du auch so. Ich hab da einen gekillt unten von. Die andere muss zurückbauen, weil sie so low ist. Noch Fragen? So, der Bot OP. Nein. Mana mehr. Ich brauch noch ein bisschen Geld. Ich muss mir ein bester Freundesschwert und Schuhe kaufen. Was? Hast du weggesmited? Einzige, was ich machen kann. Läuft. Egal. Ich schicke 5-9 mit 2-Junglern. Oh, das tut schon wieder weh, das Game. Everything is awesome. Everything is cool. Oh, da kommt ein Chaco. Und der geht nicht weiter drauf. Kann ich auch nichts mehr machen. Oh, Entschuldigung. Oh, hier ist ein Yasuo. What the fuck, was was ist denn hier? Oh, will ich besuchen. Oh, sag mal. Komm auf, durch den Gegner. Beste Freunde, Schwert. Ich hab kein Mana, das hat Probleme. Oh, lol. Nein, 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 nein. Das sehe ich gar nicht. Nein. Ah. Wieder. Ja, ich hätte so oder so nicht überhängt. Ich verstehe. Ja. Ähnlich. Boah, da trauert der Chaco. Ähnlich jetzt. Hast du irgendwie dein Ulti gestehen? Ah, nein. Gerade, gerade gewundert. Egal. Da sind die da, warum? Oh, jetzt hat der... Weil ich Schaden mache. Und die nicht. Fuck. Der neue Map hat es stark geworden. Noch mehr viel als vorher. Nicht stark, er ist einfach nur fucking tanken. Bei den Neometer einfach tanken. Oh, ich hasse es, dass er meinen Coe unterbrechen kann, wenn ich fahren will. Der wurde jetzt gebufft, der hat jetzt halt seine Rüstung immer... Was? Oh, naja. Jetzt will der Viertel hier unten. Ich komme in meiner Lehne ganz gut allein, klar. Ich weiß nicht, wo da hin ist, aber das ist nach unten gelaufen. Also kann Richtung Bot sein. Warum steht der hier? So nicht. Ich will nicht mehr noch Mana, um irgendwas zu machen. Ich baue nicht mehr. Mach eine Rakete. Ja, die ist fast tot da hinten, aber ich komme nicht an die ran. Da stehen die anderen beiden vor. Wenn die Yona mal ein Stück weggehen würde... Ah, jetzt passt. Pass auf, guck mal. Oh, der hat einen Blue-Waff, den will ich haben. Wo ist er hin? Oh nein, das hört mich. Naja, ich wusste. Ja. Oh, der hat einen B-Waff, den hat einen B-Waff. Ich habe mir eigentlich gerade viel krass den Hegel gefiel Ich gehe jetzt mal weg War man ja schon Holt ich mir noch ein BFV oder? Ach ne Erstmal normale Items Mal Schuhe fertig kaufen und so Lauf David lauf Ja so schnell bitte Bist nur ein Chaco ne Machst du nicht genug Schaden an dem? Ja Seine natürliche Energieimmunität ist scheiße Oh oh da ist noch ein Chaco, da ist noch ein Chaco Das Pinch war tot, aber ich weiß nicht Ja Der andere ist wieder weg Weil wenigstens war Nein, es hat mich getroffen Wir hätten ja locker hinterher gehen können, da war ja kein Blödsinn Wollen wir gerade nicht auf den Wurzeln zustimmen? Nein, es war eben von Robert Ich hatte gerade irgendwie überhaupt da rein Das blöd ist, du kommst ja nicht durch die Mauer dadurch Ne, es ist leider zu dick, das stimmt Ich habe noch eine Frontland Ach, hast du geschüttet? Ich habe vergessen Frost Jetzt bin ich tot, hat er so leider Hat mich leider getroffen Egal, Jinx ist auch Jinx töte oder Jinx Dann jetzt eh weg Ja, ich habe Flash Ich auch Leider keine Ulti Die sind zu dritt und hauen einfach ab, weißt du, wie sie Angst haben? Ah gut, zwei von denen waren Low, ne? Ja Was wollen die auch unter Wecken machen, das geht doch gar nicht, ne? Ja, schon passiert Warum sprichst du mit Ulti an? Keine Ahnung, hatte ich Bock drauf Hat das denn gerade noch übrig, ne? Ja Chaco stirbt Ja, der macht mich Ahhhh Nein, falschen Prokurs Und warum flasht der jetzt dafür WTF? Keine Krähe vielleicht Egal Ach, egal Wir haben trotzdem mehr Kills Leona ist da Bin mir gar nicht aufgefallen Was? Dass Leona da ist oder dass Leona da ist? Ah Ja, du feedest ja auch nur wie immer Ey, der hat mich gerade das erste Mal gekillt Wahrscheinlich ist jeder andere aus unserem Team öfter gestorben, oder? Ne Viertel auch noch nicht Ist das zweimal Ja, wir haben ja auch nur acht bis jetzt Ja, ja, Achtung Achtung, selber Achtung Ja, die machen auch alle zu mir Alle, auf jeden Fall Egal, ob sie zu dritt dran sind, einen nehme ich mit Natürlich der Tower, der hätte noch einen Hit gebraucht, aber egal, macht irgendein anderer dann So, KDU ist jetzt auch fertig So, KDU ist jetzt auch fertig Wie lange braucht ihr denn für die Leona? Oh, ein Malfiete Ja Ich krieg's wieder ab Er nimmt sich die Kills und ich krieg's ab Solche Leute liebe ich dann wieder Und Chaco soll mal sterben, ich will den Double-Buff von ihm haben Hauptsache, er spammt noch sein 1 Guck mal, was er jetzt macht Oh, keiner rennt in die Richtung von denen Oh mein Gott Er wird mir trotzdem nicht wegkommen Oh, es gibt einen Double-Buff, nicht Jinx geben Okay, dann muss ich mir den von Jinx holen Bleibt mir ja nix anderes übrig, ne? Guck mal rein Within this pé toll THIS waren wir ein Minions Wir machen wieder Drake Das war doch mein Double Buff! Freche Idee! Ah, hier sind ein paar Leute noch, ich geh wieder mal weiter. Tschüss! Ich hab auch noch mal eben den Drake gestealt. Das ist noch ein Chaco, pass auf! Weißt du, wer mich war? Ich... Ich mach mal Krabbe für Better Vision. Oh, voll in dem Gorn. Vielleicht nicht. Aber nur die besten Absichten! Ach, schon. Auf ein paar mehr. Oh, die Barschen! Geht schon mal. Die Typen reagieren gar nicht. Mach dir da oben schon wieder, Alter. Gegner, juckt das doch einfach nicht. Wir sind gerade an dem vorbeigelaufen. Juckt die nicht. Wo sind die anderen wahrscheinlich wieder auf dem Weg zu mir, oder? Ja. Wir sind doch gerade noch in der Mitte. Wo sind sie denn jetzt? Da hab ich zurückgegangen. Ja, kann sein, dass du auf dem Weg zu dir bist. Eigentlich sind die nur ein Stück. Wir können die da. Wollen wir? Okay, du willst das. Ja, ich möcht das. Ja, wir können die, die hier da sind. Ah, mein Kill. Eigentlich krieg ich auch noch. Ja, wir können die Janks da. Äh, aber den Jaso nicht. Das will ich nicht mehr. Oh. Oh, das wird hier eigentlich. Aber egal, Passwitz habe ich mit Ulti. Ich hab einen Tower Gold und einen Chaco. Alles ist gut. Signal, geht los, Signal. Yes. Ach, ja. Wer fährt das bestimmt noch Ulti? Mal sehen, ob ich die falschen kann. Ja, sieht doch noch aus, als hätte er sie. Ja. Und einen Pinkbot hat er auch. Das ist nicht Chaco. Ach, das ist unser. Ich bin grad selber vor uns an Chaco. Da hast du Flashes. Bin ich ernsthaft, oder? Doch. Ich hab nur was Unsichtbares gesehen. So die Animation, nicht so Chaco kommt. Ich denk mir grad echt, warum flasht du? Bleib doch hier! Wo willst du denn hin? Ja, ich werde die Zunge weg. Dein Minutes. Ach nein, meine Top-Lane. Ja, meine Boot-Lane auch. Doch. Oh, der Meld-File. Ich glaub ich kann ihn gar nicht fäden, oder? Halt ruhig mal. Na, das reicht, Funkschale. Und... Tschüss. Nein, mir steht die da. Was macht denn hier die Puppe? Puppe. Und einer mehr. Achso, ja, dann gehen wir. Nein, fahrt das nicht. Ja, so mit der Tür. Ups. Oh, killt es nicht da, killt es nicht da! Oh, warum killt er den denn? Idiot! Du musst mich langsam kennen. Ah! Hauptsache, du gibst ihm richtig schön viel Gold. Ein bisschen Rasamon umbringen, completed. Also langsam müsstest du mich aber auch kennen. Ja. Da war cool. Hast du wirklich eine neue Waffe? Na ja. Wenn's die Gegner nicht können, musst du das machen, ne? Hab ich nicht mehr gemacht. Ich hab dich schon länger nicht mehr umgebracht, deswegen muss das mal wieder sein. Oh, macht der Fehlschaden. Gar nicht. Ja, das fing ja. Ja, ja, eben. Jetzt war ich immer mein Ulti wieder. Geh mal dahinter, da steht ne Puppe. Genau da. Ey, mein Wort ist ausgelaufen, ich stelle mein Moin hin. Die sind zu viert, wir sind zu zweit. Was machen wir? Gehen wir oder kämpfen wir weiter? Feiten. Feiten, okay. Das wollte ich hören. Ja, dann machen wir zusammen. Die machen jetzt Baron, die beiden. Ja, dann lass die mal aufhalten, dass die das nicht machen. Das ist nicht so einfach. Doch. Wo ist die Leona? Ich will mal eine Rakete draufjagen, aber leider stehen die alle davor. Ich muss von der Seite, warte. Hm. Wir haben es echt. Ich hätte sie ausmeiten können. Wir haben jetzt echt. Äh, nein, die machen bestimmt Weigen. Ja. Egal, ich hab sonst noch. Ne Puppe gefunden. Da ist hier die Leona, die will ich. Ja, haben wir. Danke. Ja. Doppeltöto, komm weiter, nächste. Ey, dieses Game schon wieder. Bleib hier. Dieser Hate. Wo sind denn die Winniens? Ich will den Tower machen. Die sind in Topline. Ach, die Winniens in Topline, achso. Hm. Dann nehme ich die Winniens, die von denen hier kommen. Ja, der versucht ja so. Und wie willst du jetzt wegkommen? Die war schon. Achso, dann kann ich ja weitermachen. Und jetzt müssen wir wegrennen, glaub ich. Ich glaub, wir müssen wegrennen. Ja, lass mich doch alleine. Ja, ich kann nicht weiterrennen. Ich lowe die Mana, damit du wegkommst auch noch. Ach, die machen noch eine Rakete. Moment, 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 Moment. Mach der wenig damage. Nein. Ich glaub, du willst helfen. Jetzt hab ich kein Mana mehr, toll. Ich kann den töten. Ich töte den jetzt gleich noch. Das ist kein Problem, weiter. Ich kann den töten. Ich kann den auch töten. Dann hab ich nicht. Aber der ist, der hat Angst. Aber der ist, der hat Angst. So. Er bleibt einfach stehen. Auf der Hoffnung, dass wir ihn nicht angreifen und denken, das wär der Clown. Ja, knapp. Manchmal klappt das. Aber nicht mit Chaco. Mit, 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 mit Chaco doch nicht. Ach doch, mit Chaco auch. Das sieht man doch. Da fehlt, da fehlt ja die, die Animation fehlt ja dann. Ich wollt grad sagen, der Doppelgänger bei Chaco läuft ja in irgendwelche Richtungen. Ne, den Doppelgänger, du kannst auch feiern. Egal. Der kann draufkicken. Ja, da ist nur ne scheiß Puppe drin, ich kann nichts machen. Nein. Ich geh da mal. Ich geh da mal. Tschüss. Äh, wir sollten nicht mehr als ein an Yasu sein Ulti. Also beziehungsweise rennen. Wie heißt er? Was? Was? Warum kriegst du denn die erste Leona anstatt der Unheißiger? Smite. Smite. Smite for the win. Ich bin einfach nicht verstanden. Wie auf jeden Fall in die Fallen reinrennt, das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe sowieso keinen, wenn in die Jinx fallen reinlaufen kann, die sieht man doch. Ja, manchmal passiert das aber einfach. Einfach so aus versehen. Wollt ich schon Schluss machen oder was? Unser Chaco will noch nicht Schluss machen, der lag noch da auf dem Boden und hat sich gekringelt vor Lachen. Ja, die verenden das einfach. Los, Winions. Warum immer auf mich? Der hat mich voll. Dieser Hate. Ich hab keinen Meinung. Egal, ich kann auch smiten. Ich kann die Leona. Nein. Ich bin richtig. Ich will noch ankommen. Ich will die 50 Gold für den Nexus haben. Ich bin da. Rare things. Ich bin da. 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 Ach ja. Too easy. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.